Europa schmeckt mir. Unter diesem Motto hatte Bürgermeister Friedrich Scharrer zu einem Europa-Frühstück ins Schloss Vösendorf geladen, wo SPÖ-EU-Kandidatin Karin Kadenbach ihre Fakten und Argumente zur EU-Wahl am 25. Mai vorbrachte. Ich freue mich auch wirklich auf eine Diskussion hier. Das Thema EU soll ja nicht auf die Grünung der Guten zugeschnitten sein, sondern wir haben in der Europäischen Union sicherlich einige Probleme, die wir hier wirklich auch mit unseren Abgeordneten besprechen können. Man kann hier mit der Abgeordneten direkt in Kontakt treten. Ja, ich erwarte mir sehr viel von dieser Diskussion. Der Bogen der EU ist da sehr groß. Wir müssen wieder die Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht nur die Finanzmärkte. Ich glaube, es wäre auch wichtig, dass von dieser Sparpolitik endlich weggegangen wird, Investitionen getätigt werden und Arbeitsplätze vor allem geschaffen werden für Junge. Ich glaube, der Bogen ist wirklich riesengroß und ich erwarte mir sehr viel von dieser Diskussion. Es ist ein Jubiläum, es ist mein zehntes. Die EU schmeckt mir Frühstück. Bei dem wir gemeinsam, wie der Bürgermeister schon ausgeführt hat, ein bisschen die Vorteile, die unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union mit sich gebracht hat, diskutieren wollen. In dem wir aber auch, und das wurde auch schon angesprochen, darüber sprechen wollen, wie wir diese Europäische Union so verändern können, dass sie auf der einen Seite ihrem Friedensauftrag weiter gerecht werden kann und auf der anderen Seite aber das, was wir als Sozialdemokraten wollen, in Ergänzung auch die Weiterentwicklung zur Sozialen Union vorantreiben können. Natürlich gibt es überall, wo eine Sonnenseite ist, auch eine Schattenseite und auch das wollen wir diskutieren und auch die Frage stellen, müssen wir alles in der europäischen Ebene so hinnehmen oder haben wir als Bürgerinnen und Bürger und natürlich ich als Abgeordnete auch die Chance, das zu verändern? Ein klares Ja. Die Entscheidung ist am 25.05. Wir wählen das Europäische Parlament neu und hier können wir auch die Weichen neu stellen zu einem gesünderen, zu einem sozialen Europa. Der direkte Kontakt mit dem Bürger, mit dem Wähler ist ja das beste Mittel, um die Argumente an den Mann zu bringen. Es geht ja immerhin um sehr viel am 25. Mai. Ja, ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir hier diesen Austausch suchen. Es gibt eine ganze Reihe von Mythen, von Missverständnissen, wo es hier die Möglichkeit gibt, das aufzuklären, zu zeigen, dass manches in der verkürzten Darstellung ganz anders wirkt als die wirklichen Hintergründe. Wir haben sehr häufig als Hintergrund Konsumentenschutzinteressen, die dann leider als bürokratische Hindernisse dargestellt werden.